Ja, ich bin Peter Crossy und ja, ich bin Bluesmusiker. Blues ist ein Gefühl, das ist so, als wenn es Suppe regnet und alle stehen da mit dem Löffel und du selber hast eine Gabel, das ist der Blues. Was besingt man? Seinen Alltag, seine Aggressionen, seine Leidenschaften. Das Vordergründige in einem Blues sind die Songs, die sind die Geschichten, die man zu erzählen hat. Die meisten Songs habe ich natürlich über Frauen geschrieben, meistens über Ex-Frauen und keines dieser Lieder ist schön. Eine Mischung aus tiefer Traurigkeit und doch wieder extremer Lebensfreude und mir ist halt genau meine Seele berührt. Genau das hat mich aus gewissen Tiefen rausgeholt, diese Musik. Bis heute. Es ist ein hartes Geschäft, die Musikarbeit, du musst alles selber machen, musst dich selber organisieren. Du musst sehr viel Autofahren, ich fahre im Jahr zwischen 60.000 und 80.000 Kilometern, bist ständig auf Reisen und kommst irgendwann an einen Punkt deines Lebens, wo du dich entscheiden musst. Will ich das machen, bin ich Bluesmusiker mit Leib und Seele oder bin ich das eben nicht? Damit ich denke, ein paar Grüße aus. Ich bin dann im Internet. Dann, ich bin dann vom Zag. Ich bin dann im Internet. Ich habe ja sonntags abends gearbeitet und der Musiker ist nicht erschienen. Das Lokal war aber voll und hinten in der Küche steht eine Gitarre und dann habe ich zwischendurch immer Gitarre gespielt, um die Leute zu unterhalten und zwischenzeitlich habe ich dann eben die Getränke geserviert und das hat die Chefin wohl mitbekommen und hat mir dann angeboten, dass ich das doch bitte jetzt jeden Sonntag zu machen hätte. Ja und so kam das. Ich glaube, wenn du eine Musikrichtung wirklich gut spielen willst, dann musst du das in einer gewissen Weise leben und du musst es einfach wirklich, das Feeling ist das Entscheidende. Egal wie viel du übst, das Feeling ist das Entscheidende und das ist glaube ich bei mir speziell für diesen alten Blues ausgeprägt. One day baby was so light, he said boy, this morning you, he said boy, oh lord, this morning you, And oh, this morning you, get me, you say a table. Die Musik, die ich spiele, die kann man nicht studieren. Das musst du erleben und dir selber beibringen. Die Seele der Musik, der Inhalt dieser Musik, ja mein Gott, das ist, was ist der Blues, das werde ich immer wieder gefragt. Ich kann es dir mal so erklären. Das Klischee des Blueses hat natürlich viel mit Trauer und Traurigkeit und Pech zu tun. Aber diese Musik tut es auch immer mit einem Augenzwinkern. Ich kann nur diese Musik spielen. Ich bin ja kein Musiker. Ich bin ein Blues-Songstar. Ich kann nicht anders. Ob ich will oder nicht, ich werde nie andere Musik spielen. Oh, oh, Glory, how happy I am. Take me to the promised land. No red tape, no payment plan. Glory, hell, hell. Ich bin Peter Crossy und ich bin Blues-Musiker. Wie wolltest du das noch mehr wissen? So if you're broke, you fall behind. Banks won't help you, they will rob you blind. They lie and steal and then decline. Glory, hallelujah. If you're broke, you fall behind. Banks won't help you, they will rob you blind. They lie and steal and then decline. Glory, hallelujah. Oh, glory, how happy I am. Oh, glory, how happy I am. Take me to the promised land. Glory, hallelujah.